Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo dabei seid. Heute geht es um das Thema, warum CFD Trading schlimmer als Casino ist. Ist CFD Trading Betrug? CFD Trading werden wir jetzt mal in diesem Video ansprechen. CFD Trading ist meiner Meinung nach der größte Betrug, den es überhaupt gibt. Ich werde dir in diesem Video erklären, warum das so ist. Was ist CFD Trading überhaupt? CFD Trading ist im Prinzip wie folgt. Es gibt ja den DAX. Das ist der Index, bestehend aus den 30 wichtigsten Aktien im deutschsprachigen Raum. Und diesen DAX Index, den gibt es als Future zum Traden. Und der Future ist wirklich der wichtigste Markt, der an der Terminbörse überhaupt gehandelt wird. Bei diesem Future ist es allerdings so, dass du, um ein LOT, also LOT, zu traden, 2500 Euro als Marge auf deinem Konto brauchst. Und ich kann natürlich verstehen, dass nicht alle Trader dieses Kapital zur Verfügung haben. Und dann gibt es natürlich auch Broker, die damit werben, dass man zum Beispiel den DAX schon mit 50 oder mit 100 Euro traden kann. Wie ist das also möglich, dass ich dann trotzdem traden kann mit viel weniger Geld? Der CFD ist die Kopie von diesem Future. Das stellt dir dann dein Broker zur Verfügung. Also die Kopie von diesem Kurs. Und den kannst du dann handeln. Mit nur 50 Euro oder 100 Euro Kapital oder teilweise sogar noch weniger. Das hört sich im ersten Moment natürlich sehr schön an. Ja, man braucht nicht so viel Kapital wie beim Future und so weiter. Aber diesen CFD-Trading? Tja, hast du nur Nachteile. Denn beim CFD-Trading ist es folgendermaßen, dass der Broker dir den Kurs zur Verfügung stellt. Und der Broker kann den Kurs so bestimmen, wie er möchte. Weil du handelst nicht auf dem richtigen Future, also nicht auf dem richtigen Handelsmarkt. CFD ist also nur die Kopie vom Handelsmarkt. Und der Broker stellt dir eben den kopierten Markt zur Verfügung. Den kannst du handeln. Und er kann den Kurs eben selbst bestimmen. Und das größte Problem dabei ist, dass, tja, alles Broker-intern abläuft. Beim Future-Trading ist das so, wenn du Geld verlierst, dann geht das Geld in den Topf von der Börse. Das musst du dir vorstellen wie einen Topf voller Geld. Und wenn du Geld verdienst, dann kommt das Geld wieder von der Börse zu dir auf dein Konto. Beim CFD-Trading ist das so, dass, wenn du Geld verlierst, dann geht es in die Tasche von dem Broker und nicht mehr in den Topf vom Markt. So verdient der Broker sein Hauptgeld. Also, wenn du verlierst. Aber wenn du Geld verdienst, dann muss es der Broker dir eben auch aus eigener Tasche wieder auszahlen. Und jetzt musst du dir eben eine Sache vorstellen oder eine bestimmte Sache wissen. Dass, wenn zum Beispiel jemand eine halbe Million Euro verdienen sollte, das ist fast unmöglich, dass der Broker dir das zahlen kann. Aus eigener Tasche. Ich habe schon Storys gehört von Leuten, die einfach nur 3000 Euro ausgezahlt haben wollten von ihrem Broker und es nicht bekommen haben. Der Broker hat das Geld nicht ausgezahlt, weil es einfach nicht da war. Weil der Broker muss eben aus eigener Tasche zahlen. Das läuft eben, wie gesagt, alles Broker-intern ab. Und du handelst nicht an der richtigen Börse. Das bedeutet, wenn du mit dem Meta-Trader handelst, dann kannst du dir schon mal sicher sein, dass du nicht an der richtigen Börse handelst. Denn gibt es verschiedene CFD-Broker wie Admiral Markets, FX, CM, BFD, Broker oder wie die auch alle heißen. Das sind alles CFD-Broker. Da gibt es auch seriöse, also in der Tat echte seriöse, die vorhaben, Geld auszuzahlen, es aber trotzdem nicht immer können, wenn deren eigenen Geldbeutel gerade leer ist. Auch das kann passieren. Denn, wie schon erwähnt, beim CFD-Trading ist eben das Problem, dass du nicht an der richtigen Börse handelst, sondern alles Broker-intern abläuft. Und wenn du eben Geld verdienst, dann muss der Broker das aus seiner eigenen Tasche zahlen. Jetzt musst du dir eine Sache vorstellen, dass der Broker natürlich möchte, dass du Geld verlierst. Denn ansonsten kann er die anderen Trader vielleicht nicht auszahlen. Was kann der Broker dagegen tun? Da gibt es einiges. Ich habe mir erzählen lassen, dass der Broker den Kurs selber bestimmen kann. Und der Broker sieht natürlich, wo die ganzen Stop-Losts von anderen Kunden liegen. Was kann der Broker machen? Der Broker kann einfach den Kurs von diesem CFD-Produkt, wo du gerade drin bist, einfach ins Stop-Lost schieben. Weil er kann den Kurs halt selber steuern. Er kann ja selber entscheiden, was da auf diesem Markt passiert. Das heißt, der Broker selbst kann entscheiden, ob du Geld verlierst oder Geld gewinnst. Und ich glaube nicht, dass man das möchte. Dass die Bank selbst entscheiden kann, wer von seinem Kunden Geld bekommt und wer nicht. Damit er im schlimmsten Fall vielleicht einen anderen Trader eben nicht auszahlen kann, ist Kursmanipulation das Wort, was hier eben oft passiert. Und genau aus diesem Grund ist zum Beispiel CFD-Trading in Amerika schon seit längerem verboten. Und ich kann mir vorstellen, oder sogar gut vorstellen, dass es in Deutschland auch bald der Fall sein wird. Denn CFD-Trading ist, tja, der größte Betrug. Du handelst nicht an der richtigen Börse. Der Broker kann jederzeit den Kurs manipulieren. Und, tja, alles läuft brokerintern ab. Du kannst überhaupt nicht mitentscheiden, selbst wenn du es denkst, dass du eben den richtigen Kurs handelst. Wie willst du beim CFD-Trading langfristig Geld verdienen? Du hast ja nicht einmal die Sicherheit, dass du überhaupt eine Auszahlung bekommst. Ja, und das ist die nächste Sache. Beim CFD-Trading ist, ja, einfach alles für mich unseriös und nicht nachvollziehbar. Dass du einfach nicht sehen kannst, was im Markt passiert. Beim Original-Future, also das Original-Trading, kannst du in das sogenannte Level 2, um die Daten eben auszuwerten, wie der Markt gerade wirklich gelaufen ist. Du kannst ganz genau sehen, ob da gerade eine Position aufgebaut wird, ja, oder eben Marktteilnehmer eben eine Position aufbauen, ja, oder der Markt gerade manipuliert wird. Das passiert auch beim echten Markt. Allerdings kannst du das sehen, wann das passiert. Das sind Sachen, die passieren jeden Tag. Denn du musst dir vorstellen, die Kurse an den Märkten, die wir nicht durch irgendwelche Muster oder Zauberindikatoren oder sonst was, na, also von alleine passiert das nicht. Große Marktteilnehmer und Institutionen wie Banken, Versicherungsgesellschaften und so weiter, die haben so viel Geld, dass sie, tja, wirklich nach und nach in den, ja, sich nach und nach in den Markt auch teilweise einkaufen müssen, um das Geld in Bewegung zu halten. Und so positionieren sich die Firmen. Denn umso mehr Marktanteil die Firmen haben, umso größer sind die Firmen eben auch. Und das Ganze kannst du als privater Trader sehen, aber nur, wenn du diesen Level 2, also diese Level 2 Daten hast. Und diese Level 2 Daten, die hast du nur beim Future Trading, also beim richtigen Trading. Beim CFD Trading hast du das nicht. Also beim CFD Trading bist du, ja, kurz und knapp gesagt eigentlich blind und musst dich die ganze Zeit darauf verlassen, dass dich der Broker nicht bescheißt. Und das musst du auch bei seriösen Unternehmen tun. Und das heißt, dass dieses ganze Geschäftsfeld eigentlich nicht mehr seriös ist und man grundsätzlich vom CFD Trading so oder so die Finger von lassen sollte. Selbst wenn eine seriöse Firma anruft, was sie von alleine in der Regel nicht tut. Aber jetzt kann man hier vielleicht auch verstehen, warum so viele anrufen. Tja, der Markt ist sowieso nicht kontrollierbar. Und das heißt, man kann auch schneller mit deinem Geld verschwinden. Und das machen sich die Betrüger zunutze, indem ihr Geld einzahlt, dann ist die Plattform einfach ganz schnell weg. Tja, es gibt sicherlich auch Betrügerplattformen, die einfach nur nicht anständig mit eurem Geld umgehen, aber, naja, zumindest seriös traden. Naja, oder es versuchen. Oder euch das zumindest in echt vorspielen. Da wir nun aber wissen, dass das Portemonnaie auf der Börse immer das Portemonnaie des Brokers ist, ist es scheißegal, ob der Broker mit euch echt tradet oder euch direkt bescheißt. Denn das Geld ist immer auf dem gleichen Konto. Auf dem Konto des Brokers. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso mehr oder beziehungsweise umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.